Heute möchte ich Ihnen ein neues Blue Chip Notebook auf Basis des Intel NUC M15 Laptops mit Tiger Lake CPU vorstellen. Tiger Lake CPU ist die 11. CPU Generation von Intel und wie auch schon im Ultrabook Video von uns gezeigt, bringt diese Generation Mehrwerte bei der Grafikleistung und bei Thunderbolt 4 mit sich. Warum heißt das jetzt Intel NUC Laptop und was sind die Besonderheiten des Gerätes? Intel NUC M15 Laptop wird es genannt, weil es die gleiche Leistung hat wie ein Mini-PC von Intel. Hier haben wir zum Beispiel ein Core i5 CPU mit Intel XE Graphics, was die gleiche Leistung abbilden kann wie ein Mini-PC von Intel in der Kategorie. Für die Besonderheiten schauen wir uns das Gerät mal im Detail an. Auf der rechten Seite befindet sich ein Audioausgang, einmal USB 3.2 N2 Typ A Port, ein Thunderbolt 4 Typ C Port und ein Kensington Lock. Auf der linken Seite haben wir ein Thunderbolt 4 Typ C Port, ein HDMI 2.0 B Port und ein USB 3.2 Gen 2 Typ A Port. An der Front befindet sich eine Lightbar, die für den Status der Sprachsteuerung da ist. An der Oberseite des Displays befindet sich eine HD-Kamera mit Hello-Support. Auch an der Oberseite befinden sich vier Mikrofone für die Sprachsteuerung. Verbaut ist ein 15,6 Zoll großes IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung und Touch-Funktion. Das Display kann um 180 Grad umgelegt werden. Unten befindet sich ein großes Touchpad mit Gestensteuerung. Die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung, die in zwei Stufen verstellbar ist. Ein Highlight sind die verbauten Lautsprecher, die für ein mobiles Gerät einen sehr guten Klang bieten. Genutzt wird ein Vollaluminium-Chassis und mit dem Touch-Display wiegt das Gerät gerade einmal 1,7 Kilo. Wie wir gesehen haben, sehr viele Besonderheiten bei dem Gerät. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die technischen Details. Verbaut ist eine Core i5-CBU mit bis zu 4,2 GHz. Dem zur Seite steht die Intel Iris Xe-Grafik mit 80 Ausführungseinheiten. 8 GB DDR4-Speicher sind fest verlötet. Eine M.2 SSD mit PCI-Express 4.0 kann verbaut werden. Und WiFi 6 mit Bluetooth 5.1 sind mit an Bord. Die Energie kommt aus einem 73 Wattstunden Akku mit Fast Charging Funktion. Nachdem wir jetzt alle technischen Details gesehen haben, schauen wir uns an, wie sich das Notebook im Benchmark verhält. Wie Sie sehen, läuft der Benchmark sehr flüssig mit permanent 60 Bildern pro Sekunde und erreicht eine Gesamtzahl von 9.727 Punkten. Mein Fazit kurz, suchen Sie ein Touch-Notebook im edlen Design und wollen auch beim Thema Performance keine Abstriche machen, ist das neue Blue Chip Notebook auf Basis des Intel NUC Laptops genau das Richtige für Sie. Wie immer können Sie die Konfiguration über den Online-Shop ändern oder wenden sich an unseren Vertrieb. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017